Durch die Rettungsgasse schneller in den Urlaub? Ziemlich dreist, was dieser Mini mit Münchner Kennzeichen da abzieht. Während zahlreiche Autofahrer am Rand warten und eine vorbildliche Rettungsgasse bilden, zieht der Kleinwagen einfach vorbei. Ein Lkw-Fahrer filmt die freche Aktion und der Instagram-Account Münchner Gesindel geht mit dem Clip viral. Wo und wann das Video gedreht wurde, ist unklar. Eine Bildanfrage ließ Münchner Gesindel unbeantwortet. Auf der Fahrbahn sind einige österreichische, aber auch deutsche Kennzeichen zu erkennen. Ein Schild mit drei weißen Pfeilen deutet laut der Sprecherin der österreichischen Autobahngesellschaft darauf hin, dass es sich um eine österreichische Autobahn handelt. Die Reaktionen auf Instagram sind glasklar. Was für ein Hirni. Sowas kostet Menschenleben, schreibt ein Instagram-Nutzer über den Hans Dampf in der Rettungsgasse. Echt Assi ärgert sich ein anderer. Knast ohne Witz, so eine weitere Forderung.